Schütze dich im Internet mit einem VPN, der deine IP-Adresse verschlüsselt, dich von nerviger Werbung und Tracker bewahrt mit Surfshark. Was du sonst noch alles über den VPN-Anbieter wissen musst und wie alles funktioniert, erkläre ich dir ausführlich in diesem Tutorial. Als erstes gebe ich dir einen Überblick, was du mit Surfshark machen kannst und wie es preislich aussieht. Anschließend erstellen wir gemeinsam einen Account und ich zeige dir, wie wir den VPN auf unseren Geräten installieren und verwenden können. Wir werfen auch einen Blick auf die neue Antivirus- und Suchfunktionen und was wir in den Einstellungen alles verwalten können. Du kannst über die Timeline oder Beschreibung auch zu einem bestimmten Punkt springen und auf meinem Kanal findest du weitere hilfreiche Tutorials. Surfshark ist in erster Linie ein VPN-Anbieter. Das bedeutet so viel, dass du mit der App oder dem Programm eine IP-Adresse zwischen deiner und den Webseiten, die du im Internet aufrufst, schalten kannst und somit deine eigene verschleierst. Damit kannst du auch einen anderen Standort vortäuschen und dich provisorisch für Malware und Tracking schützen. Surfshark bietet hier unterschiedliche VPN-Methoden, von Static IP über virtuelle Locations, die schneller laden, bis zu Multi-Hops, die über mehrere unterschiedliche Standorte laufen. Diese Anonymisierung kann dich aber auch nicht vor allem schützen und du musst dich auch an die AGBs von Surfshark halten. Neben der VPN-Funktion bietet Surfshark auch eine Alert-Funktion, wo du über Missbrauch deine E-Mail-Adressen und Kreditkarteninformationen auf dem Laufenden gehalten wirst. Ebenfalls ist auch ein Antiviren-Scan für deinen Computer und eine anonyme Suchmaschine integriert. Du kannst Surfshark auf deinem Computer, Smartphone, Tablet, Smart TV, Router oder Browser verwenden und das auf so vielen Geräten parallel wie du willst mit nur einem Account. Doch wieviel kostet Surfshark? Grundsätzlich gibt es 3 unterschiedliche Abos, welche sich nur in ihrer Laufzeit unterscheiden. Das teuerste Abo ist das unverbindliche Monatsabo, wo du 11,29€ pro Monat zahlst. Schließt du ein jährliches Abo ab, erhältst du im ersten Jahr 69% Rabatt und zahlst pro Monat nur noch 3,49€ beziehungsweise für die ersten beiden Jahre einmalig 59,76€. Die Jahresabos verlängern sich danach für jeweils 89,19€ pro Jahr. Alle Abos kannst du mit PayPal, Kreditkarte, Amazon Pay, Google Pay, Sofortüberweisung, Krypto oder Giro Pay bezahlen. Zudem gibt es auch eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, falls du nach dem Kauf nicht überzeugt bist. Alle Preise kannst du dir auch nochmal über den Link in der Beschreibung anschauen, wo eventuell gerade auch ein besonderer Rabatt läuft. Doch wie können wir Surfshark jetzt nutzen? Dafür müssen wir einen Account erstellen und ein Abo abschließen, was direkt über den ersten Link in der Beschreibung geht. Hier befinden wir uns auf der offiziellen Webseite, wo wir einfach auf die rote Schaltfläche am oberen rechten Rand klicken müssen. Hier können wir dann eines der Abos auswählen und unsere Zahlungsmethode eingeben. Nachdem wir es erfolgreich bezahlt haben, müssen wir nur noch unsere E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort festlegen. Mit diesen beiden Sachen können wir uns jetzt auf der Webseite, im Programm, am PC oder in der App auf unserem mobilen Gerät anmelden, um Surfshark nutzen zu können. Melden wir uns auf der Webseite an, können wir unter Apps und Erweiterungen direkt das passende Programm für unseren PC herunterladen und auch eine Browser-Erweiterung hinzufügen. Auf der Webseite können wir dann auch noch unseren Account verwalten, was ich dir am Ende des Tutorials noch näher zeige. Haben wir uns im Programm erfolgreich angemeldet, können wir den VPN-Service direkt nutzen. Ich zeige dir jetzt erstmal alles am Computer, anschließend in der App und am Ende am TV. Am PC können wir jetzt als erstes zwischen drei VPN-Optionen wählen. Einmal Standorte, wo wir den VPN nach Land aussuchen können und auch den schnellsten oder nächstgelegenen Standort direkt auswählen können. Das ist praktisch, wenn es dir darum geht, beispielsweise Inhalte aus anderen Ländern zu konsumieren. Wählen wir statische IP aus, können wir immer wieder die gleiche IP-Adresse verwenden, da wir sie einfach aus der Menüleiste anklicken können und so immer wieder dieselbe auch nach dem Beenden wieder verwenden können, falls das relevant für dich ist. Als letzte Option haben wir noch den Multi-Hop-Standort, wo der VPN über zwei Standorte geleitet wird. Haben wir eine Option ausgewählt, können wir einfach einen Server auswählen und werden dann verbunden, was wir auf der rechten Seite sehen. Hier sehen wir, wenn wir nicht verbunden sind, auch unsere zuletzt verwendeten Server und können diese direkt wieder verwenden. Sind wir verbunden, sehen wir den Standort, mit welchem wir verbunden sind und können die Verbindung wieder trennen oder durchklicken auf einen anderen Server mit diesem ersetzen. Klicken wir auf den Pfeil über dem Verbunden, können wir auch unsere aktuelle IP-Adresse sehen, sowie einen Kill-Switch aktivieren. Ein Kill-Switch trennt unsere Internetverbindung sofort, falls der VPN mal kurz nicht funktionieren sollte, damit nicht aus Versehen unser richtiger Standort bzw. IP-Adresse übertragen wird. Wir können uns auch anzeigen lassen, wie viele Daten übertragen wurden. Ist der VPN aktiv, können wir einfach normal über den Browser im Internet surfen, mit dem VPN-Schutz. Wir können in den Programmeinstellungen unter VPN auch Surfshark immer direkt beim PC-Start aktivieren und automatisch verbinden lassen, sowie den Kill-Switch standardmäßig aktivieren und auch die Clean-Web-Funktion aktivieren, die bei aktivem VPN uns vor Werbung, Tracker und Schadesoftware schützt. Das kann praktisch sein, aber manche Webseiten kannst du nicht mehr verwenden, die Werbeblockierungen beispielsweise nicht zulassen. Scrollen wir weiter runter, können wir auch den Protokoll-Typ auswählen und einen Bypasser für bestimmte Webseiten und Co. festlegen, für welche der VPN nicht verwendet werden soll. In der App können wir unter Standorte auch unseren VPN-Typ und Standort auswählen und die Verbindung sehen wir dann auf der Startseite, wo wir sie auch wieder beenden oder eine Schnellverbindung direkt starten können. Je nach Smartphone muss beim ersten Mal verwenden auch ein VPN-Profil von Surfshark in den Einstellungen hinzugefügt werden. Zudem finden wir in der App auch die VPN-Einstellungen, wo wir bspw. auch die Clean-Web und die Kill-Switch-Funktion verwalten können. Du kannst Surfshark auch auf deinem Fernseher nutzen. Der einfachste Weg ist, wenn du Android TV oder Fire TV hast, dir dort die Surfshark-App aus dem jeweiligen Store herunterzuladen und dich dort mit dem Account anzumelden. Nutzt du einen anderen Smart TV oder Apple TV, kannst du auf der Webseite auch Smart DNS aktivieren. Das ist etwas komplizierter und du darfst nur eine IPv4-Verbindung haben und dort haben wir auch keine Sicherheitsvorteile, sondern können nur den Standort verändern. Schließlich kannst du auch eine manuelle Einrichtung über die Webseite durchführen, wenn du bspw. das VPN direkt auf deinem Router aktivieren willst, wo wir für entsprechende Systeme auch Tutorials bereitgestellt bekommen. Neben der VPN-Funktion können wir bei Surfshark auch eine Überwachungsfunktion für unsere E-Mail-Adresse und Kreditkarte aktivieren, womit wir Missbrauch von diesen im Internet herausfinden können. Doch wie geht das jetzt? Dafür müssen wir uns auf der Surfshark-Webseite in unseren Account einloggen und finden dann unter Alert im linken Menü alles zur E-Mail- und Kreditkartenüberwachung. Um diese Funktion generell nutzen zu können, müssen wir unseren Account zwei Faktor verifiziert haben, was wir hier direkt einstellen können, falls wir es noch nicht getan haben. Jetzt können wir einfach unsere E-Mail-Adresse eingeben und müssen diese mit dem Code, welchen wir per Mail bekommen, bestätigen, dass es unsere ist. Dann scannt Surfshark nach Datenpannen und informiert uns, ob es welche gibt. Wir finden unsere E-Mail-Adresse dann auch im linken Menü gespeichert und können hier über das Plus auch weitere hinzufügen und sehen, wann sie das letzte Mal überprüft wurden. Das gleiche geht auch mit unseren Kreditkarten, wenn wir lediglich unsere Kartennummern eingeben. In Amerika, Bulgarien und Litauen können wir auch unsere Personen-Identifikationsnummer überprüfen lassen. In Deutschland ist das aber noch nicht möglich aktuell. In den Einstellungen können wir dann auch noch einen Bericht aktivieren, wo wir viertel- oder ganz jährlich über den aktuellen Status unserer hinzugefügten Daten informiert werden und falls eine Warnung verfügbar ist, ob diese an eine bestimmte E-Mail-Adresse oder an die Betroffene gesendet werden soll. Möchten wir nicht mehr den Surfshark Alert Service nutzen, können wir hier auch alle Daten entfernen. Zudem ist es auch immer gut zu wissen, dass der Alert nicht alle Datenpannen erkennen kann, also nur weil kein Fehler kommt, heißt es nicht, dass es zu 100% sicher ist, dass Surfshark nicht alles überprüfen kann. Wir können die Alert-Funktion auch in der App unter One verwenden. Neben den Alerts und den VPN-Funktionen kann man neuerdings im Programm am PC auch einen kostenlosen Antivirenschutz aktivieren und verwenden. Ob so ein Service sinnvoll ist, solltest du dir vorher selbst entscheiden und da kann ich dir nur empfehlen, dir mal das Video von Ultralativ über das Thema anzuschauen. Solltest du dich dafür entschieden haben, musst du beim ersten Mal, wenn du in den Antivirus-Bereich im Programm wechselst, diesen aktivieren. Hier müssen wir das Programm installieren und ihm sehr viele Rechte für unser Gerät geben. Dann dauert die Installation einen Moment und anschließend können wir eine schnelle Überprüfung durchführen und festlegen, ob dies automatisch jeden Tag passieren soll. Das dauert je nach Gerät auch einen Moment, wo wir die überprüften Dateien und verstrichene Zeit sehen. Wurde etwas Gefährdendes gefunden, wird es uns auf der linken Seite in der Übersicht angezeigt. Ist der Scan fertig, können wir im Dashboard auch einen kompletten Scan durchführen, welcher wesentlich länger dauert, aber alles durchsucht und auf der linken Seite auch Dateien und Ordner ausschließen, die nicht überprüft werden sollen und wir können eine regelmäßige Prüfung hier auch erstellen und verwalten. Grundsätzlich ist auch ein Echtzeitschutz aktiviert, der uns proaktiv schützen soll. Diesen können wir hier aber auch deaktivieren. Wollen wir nur einzelne Dateien oder Orten überprüfen, können wir diese hier auch per Drag & Drop hinschieben und überprüfen lassen. Als weitere Funktion bei Surfshark erhalten wir auch eine anonymisierte Suchmaschine und einen Rabatt auf das Inkogni-Angebot von Surfshark. Die Suche können wir über die Webseite, das Programm oder in der App in einem eigenen Bereich nutzen. Diese funktioniert wie beispielsweise Google, wo wir einfach einen Suchbegriff eingeben können und dann Ergebnisse erhalten, welche wir anklicken können. Hier gibt's Surfshark an, die Suchergebnisse nicht an Personen oder andersbezogenen Daten anzupassen, wie es herkömmliche Suchmaschinen machen und keine Daten von uns zu sammeln beim Suchen. Über die Webseite können wir auch einen Rabatt auf den anderen Service von Surfshark incogni erhalten, welche uns dabei hilft, persönliche Daten aus dem Netz wieder zu löschen. Falls du dazu auch ein ausführliches Tutorial sehen willst, schreib das gerne in die Kommentare. Werfen wir abschließend auch einen Blick in die Einstellungen, welche wir im Programm als letzten Menüpunkt finden. Hier können wir die Programmsprache und Design einstellen, sowie ob wir Push-Benachrichtigungen erhalten wollen und unseren Account verwalten. Dort können wir uns abmelden, sowie unser Passwort ändern und unser aktuelles Abo verwalten. In der App finden wir die gleichen Einstellungen im gleichnamigen Menüpunkt. Melden wir uns jetzt auf der Webseite in unserem Account an, können wir das meiste noch einstellen. Hier können wir unter VPN und Antivirus alle unsere Geräte verwalten, wo wir uns mit unserem Account angemeldet haben und diese beispielsweise von unserem Account abmelden. Jetzt finden wir hier noch über unseren Account am oberen rechten Rand die Kontoeinstellungen, wo wir unser Passwort, die 2-Schritte-Verifizierung und Accountsprache einstellen können. Auch über was wir benachrichtigt werden wollen per Mail. Unter Abo im Menü können wir auch unser aktuelles Abo sehen und dieses Verlängern oder Kündigen, sowie alle Rechnungen ansehen von bereits getätigten Zahlungen. Hast du individuelle Probleme, kannst du dich über das Menü auch an den Hilfe-Bereich oder Live-Chat wenden. Jetzt weißt du, wie du einfach einen VPN dank Surfshark nutzen kannst. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du direkt durchstarten. Für mehr Tutorials zu anderen VPN-Anbietern, wie beispielsweise NordVPN, kannst du meinen YouTube-Kanal gerne kostenlos abonnieren. Falls du noch Fragen oder Feedback haben solltest, kannst du dieses gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!